Willkommen Zweitaccount Der denkt hier Ich bin ein Fake-Halter-Fan Willkommen zu einer Runde Uncut Ich bin jetzt eben gerade nach Hause gerannt Denn ich habe keine Zeit Und Uncut Wurde sich jetzt ziemlich oft gewünscht in den Kommentaren Bedeutet, ich bringe Uncut Und ja, das Pack, was wir hier gerade verwenden Das ist das 2K-Pack Ich weiß nicht, ob wir morgen Also heute ist jetzt der 25. Und am 26. Also wenn das Video online kommt Also hier gerade ist der 26. Wo die meisten das hier sehen werden von euch Dann, ich bin Helse, ja ich weiß Dann werde ich wahrscheinlich schon die 2K haben Das Pack ist in der Videobeschreibung erwähnt Aber das 2K-Special kommt dann erst Lass mich kurz rechnen Am 28. Denn ich bin Busy im Stress Und ja, die 2K habe ich eben nicht so schnell erreicht Wie ich dachte Weshalb es später kommen wird Das Pack Aber passt schon, Leute Der Doubled war Oh mein Gott, Leute Der war so lecker No joke Der war so lecker Alter Okay, der hat echt gut geschmeckt Ich muss mich blüten Wahrscheinlich In meiner Mutter So, haben wir es bitte auch Ich denke mal Wir haben es aber gleich auch Wo ist denn der Gegner überhaupt Ich sehe, ich sehe nichts No joke Okay, gelb ist da Der Orangene ist also bei gelb Und dann können wir den holen Oh mein Gott Ich hatte Ich habe irgendwie einen Block gepackt Damit ich aus dem Shop raus Und dann hat er mich noch gebauchst Okay Aber ich denke mal Wir bauen jetzt einfach das Bett mit Cockapps ein Weil ich cool bin So 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 Erklärung Die in die Luft schmeißt Ich finde es ziemlich lustig Glaube ich, dass der echte antworten würde Wieso Okay Das kann ich mal eben ansprechen Wie so sollte ein YouTuber nicht antworten Nur weil er YouTuber ist und wir Das finde ich irgendwie Das ist richtig komisch Also wer so denkt Der soll Soll mal so eine Einstellung ändern Finde ich So Ich bin gerade ein bisschen abgefuckt Ehrlich zu sagen Er sagt ja Er schätzt mich arrogant ein Das ist ein bisschen Die Beleidigung Aber gut Vielleicht meint er es noch nicht böse Okay Wenn ja Bin ein Fan Grüße auf jeden Fall Es ist wirklich böse gemeint Bist du ein alt Account Weil das Hört sich halt so Bissi so an Vom Namen her Mach auch YouTube Ja Kannst ja mal Deinen YouTube Channel Dann schreiben Wenn er das macht Dann promote ich nur damit Aber er wird ja auch wegen Werbung Dann safe Wenn jemand von euch schlingen Reportet Deswegen Okay Ich glaube Ich hoffe er macht es nicht Sonst kriegt er über den Report In die Phrase Und damit würde ich sagen Sorry an dich nochmal Für den Suicide Und wir haben die Runde gewonnen Mit 4 Kits 4 Betten Ja ich würde da was sagen Sehen uns beim nächsten Mal Haut rein Und Grüße auf jeden Fall an dich Tut mir leid Ja Und nochmal übrigens Feuerstein ist nicht Ein Fake Das ist mein zweiter Grund So Aufnahme beenden Loll Das ist mein zweiter Grund